Es ist dem Feind gelungen, die Front in breiter Formation zu durchbrechen. Im Süden hat der Gegner Zossen genommen und stößt auf Starnsdorf vor. Der Feind operiert jetzt am nördlichen Stadtrand zwischen Fronau und Pankow. Und im Osten ist der Feind bis zur Linie Richtenberg-Marsdorf-Karlshorst gelangt. Mit dem Angriff Steiners wird das alles in Ordnung kommen. Mein Führer, Steiner... Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. Das bleibt mir im Raum, Keiter. Jürgen, Krips und Butter. Das war ein Befehl! Der Angriff Steiner ist ein Befehl! Wer schickt sie? Das wird Magen, die beiden Befehl zu widersetzen! Oh, meinst ich das einfach, Deiner? Der Militär hat eine Periode! Jeder hat eine Periode, sogar hier ist es! Die gesamte Generalität ist nicht zweiter als ein Haus. Nie das verletzige Treue oder Feiglinge! Mein Führer, ich kann nicht zulassen, dass die Soldaten, die für Sie verbrühten... Ist das Feiglinge? Verreicht ein Versager! Mein Führer, was Sie da sagen, ist ungeheuerlich! Die Generalität ist ein Geschmacks des deutschen Falsches! Sie ist ohne Ehre! Sie nennen sich Generare, weil Sie Jahre auf Militärakademie zugebracht haben, nur um zu lernen, wie mein Messer Gabel hält! Jahrelang hat das Militär-Malationen nur behindert! Es hat mich jeden nur als gespickend Widerstand in den Weg geleckt! Es hat der Grund daran getan, um jahrelang alle ihre Offiziere nicht gestehen zu lassen! In Stalin! Ich war nie auf einer Akademie! Und doch habe ich allein, allein auf Misters Geld, ganz Europa erobert! Verräter! Verräter! Von allem, ein von allen, bin ich so verraten und betrogen worden! Es wurde ein ungeheuerer Verrat gelübter deutschen Volk! Aber alle dieser Verräter werden bezahlen! Mit ihrem eigenen Blut werden sie bezahlen! Sie werden saufen in ihrem eigenen Blut! Ich hätte gerne, beruhig dich doch! Meine Befehle sind in den Wind gesprachen! Es ist unmöglich, unter diesen Umständen zu führen! Es ist aus! Der Trick ist verloren! Aber wenn Sie, meine Herren, glauben, dass ich das mit Berlin verlasse, erfen Sie sich der Waldisch! Eher jacke ich mir eine Kugel durch den Kopf! Tun Sie, was Sie wollen! Tun Sie, was ich inifornCA! Bis zum nächsten Mal.